Mein Name ist Thomas Weiß, Mitglied des Vorstandes der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse. Ja, bekanntlich sind wir ja den Ostfriesischen Feuerwehren sehr eng verbunden. Das heißt, wir können auch ermessen, mit welchem Engagement die ehrenamtlich zulasten der Freizeit, im Zweifel sogar zulasten der Familie und der Einsatz der Gesundheit, im Zweifel auch des eigenen Lebens, helfen. Und deswegen sind wir natürlich umso fassungsloser, wenn wir mitbekommen, dass dort nicht der nötige Respekt an den Tag gelegt wird. Das gilt natürlich nicht nur für die Ostfriesischen Feuerwehren. Das gilt ohne Anspruch auf Vollständigkeit, für Rettungssanitäter, für Polizei und so weiter. Ich würde mir einfach wünschen, und das ist auch nicht neu in der Geschichte der Menschheit, dass wir wieder, sei es im persönlichen Umgang miteinander, aber auch mit den modernen Medien, zum Beispiel den sozialen Netzwerken, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Einfach vor dem Hintergrund. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist, glaube ich, ein ganz, ganz hohes Gut. Und der Respekt, das ist der Kitt, den eine Gesellschaft zusammenhält. Untertitelung des ZDF für funk, 2017